Wir gehen in die nächste Auszeit. Wir starten in die fünfte Jahreszeit und freuen uns, einen ganz besonderen Gast heute ins Kreuzverhör nehmen zu können. Ich bin Olli Seidler. Ich bin Markus Ernst und wir begrüßen heute unseren Torhüter Urban Nessiak. Hallo, guten Tag. Hallo Urban. Niederlage beim Bergischen AC. Wir fangen gleich mit den schlechten Sachen heute an, dann haben wir es nämlich hinter uns. Wie fühlst du dich nach so einem Spiel? Wir haben, ich glaube, drei, vier Mal diese Jahre ein bisschen Glück zum Enddorfspiel für den Punkt gewinnen. In dieser Situation war es ein bisschen anders. Aber das ist Sport. Ich glaube, das ist, warum Sport interessant ist für den Zuschauern und nicht immer eine bessere Mannschaft gewinnen. Das ist ja die Handball-Bundesliga par excellence, dass eben auch Mannschaften aus dem Tabellenkeller, aus dem Mittelfeld gefährlich werden können. Und dennoch tut schon weh, oder? 27, 28. Es hat nicht gut angefangen, aber dann sah es eigentlich danach aus, als wenn ihr das über die Ziellinie bringen könntet. Warum hat es nicht geklappt? Ich glaube, der BHC war sehr gut. Ich glaube, es war 4 oder 5-0 zum Start. Danach kämpfen wir sehr stark, aber es war nicht genug für die Physik. Das war ja jetzt, du hast es schon angesprochen, häufiger der Fall, dass ihr auch mal nicht so gut gestartet seid und dann aber euch immer wieder zurückgekämpft habt. Zum Beispiel in Magdeburg einen großen Rückstand aufgeholt habt. Jetzt auch beim Bergischen AC gestern einen großen Rückstand aufgeholt habt. Braucht die Mannschaft momentan so einen Hallo-Wach-Effekt erstmal? Also dass man erstmal hinten liegen muss, bevor man dann in Form kommt? Einen Tritt ins Gesäß? Nein, 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 nein. Ich glaube nicht. Wir müssen nur trainieren. Wir haben eine gute Mannschaft und dann ein besseres Spiel und ein gutes Resultat. Wir kommen alleine. Wie verarbeitest du Niederlagen persönlich? Tut so eine Ein-Tore-Niederlage in der Schlusssekunde? Tut das mehr weh, als wenn man zum Beispiel vor ein paar Wochen gegen den THW Kiel im Endeffekt gar keine Chance hatte und dann höher verliert? Oder ist eine Niederlage einfach immer blöd? Niederlage ist Niederlage. Aber wenn du spielst gegen Kiel und du verlierst vor sechs, sieben Tore, dann weißt du, okay, Kiel heute war viel besser. Wir haben keine Chance. Wir wollten gegen Kiel gewinnen. Wir mussten sehr gut gespielt und Kiel muss ein bisschen nicht so guten Tag haben. Aber wenn du verlierst gegen Bergischer, wenn du glaubst, du bist eine bessere Mannschaft, dann ist es nicht so einfach. Ich habe nicht so gut geschlafen. Aber das ist Sport. Wir mussten Kopf nach oben und gehen nach vorne. Jetzt ist man momentan auf dem vierten Tabellenplatz. Vorne, klar, Kiel. Top, richtig gut unterwegs. Hat sechs Minuspunkte, weniger als ihr, aber immer noch in den Europapokal-Rängen. Das heißt, ist es das große Ziel, sich in dieser Saison auch über die Tabelle für Europa zu qualifizieren? Für mich persönlich ist das Ziel immer top. Aber wenn wir zum Ende der Saison haben, haben wir den vierten, dritten oder vierten Platz. Ich glaube, das ist ein sehr großes und gutes Resultat für die Recken. Und wir müssen mit dieser Glaubung gehen, für diese letzten zehn Spiele. Genau, die beste Platzierung der Recken ist ja der sechste Platz bisher erst. Also wenn wir dieses Jahr vierter, dritter, was du gesagt hattest, werden oder fünfter, wäre das, glaube ich, das beste Vereinsergebnis jemals. Ich habe den Champagner schon kalt gestellt. Nicht, dass wir beide den nur trinken müssen, Oli, da bin ich irgendwann. Jetzt habt ihr noch zehn Spiele. Du hast es angesprochen. Wie viele Punkte braucht man denn wohl? Was glaubst du, damit man am Ende vierter wird? Wie viele Spiele müsst ihr gewinnen von den zehn? Okay, wir müssen gewinnen, alles Heimspiele. Das ist wichtig, wenn wir glauben, dritter oder vierter Platz. Und dann, wir müssen Ausfahrtspunkte geben. Warum nicht in Flensburg? Wir haben zweimal sehr gut gespielt gegen Flensburg. Warum nicht Rhein-Neckar-Löwen? Fangen wir doch so an. Nächstes Spiel, da habt ihr doch schon gut performt. Warum nicht Rhein-Neckar-Löwen? Ich glaube, ich habe gesagt, viele Male diese Jahre, wenn wir gut spielen, können wir alle Mannschaften in der Liga gewinnen. Aber wenn wir nicht so gut spielen, können wir in den letzten drei Minuten gegen den BHC verloren. Jetzt habt ihr, wie gesagt, nächstes Spiel, Rhein-Neckar-Löwen. Wir erinnern uns natürlich unglaublich gerne an ein ganz besonderes Spiel in dieser Saison, als ihr im Pokal bei denen gespielt habt. Und da gab es so einen ganz exzellenten Treffer am Ende von Morten Olsen. Hast du das auch noch vor dem geistigen Auge, diese Situation? Ja, das war ein super Tor, das war ein super Spiel. Und das war eines dieser Spiele, wir haben nicht so gut gespielt und haben ein bisschen mehr Glück, dann Rhein-Neckar, aber wir kämpfen. Und wenn du kämpfst, dann gibst du zurück ein bisschen Glück und was genug für, dann gehst du nach Final Four. Man erkämpft sich bei den Recken, also quasi so ein bisschen das Glück. Im Spiel bei den Rhein-Neckar-Löwen war aber auch Andi Schmid nicht ganz so schlecht. Ich glaube, der hat 16 Tore, meine ich, gemacht. Da ist es ganz schön oft bei dir und Domenico Ebner im Netz eingeschlagen. Müsst ihr den am Samstag besser verteidigen? Ist das so ein Schlüssel? Ja, das ist richtig, aber wenn wir spielen gegen den Rhein-Neckar, wir haben unsere Taktik. Das ist eine taktische Taktik. Also Andi Schmid viele Tore werfen lassen und der Rest macht nichts. Möglich, möglich, aber ich kann nicht gesagt mehr. Gab es ja schon bei dem einen oder anderen in der Liga. Da kann man sich natürlich auch mal verzocken, wenn der dann plötzlich irgendwie 16, wenn er dann 17 oder 18 macht und so weiter. Also da sind wir schon in der Nähe des Bundesliga-Rekords, glaube ich. Ich glaube, 21 ist der Bundesliga-Rekord, 21 Tore. Okay, dann war Andi gemacht, Sonntag 22, heute wird er gemacht 26, warum nicht? Recken gegen Schmid. Ja, aber danach geht es ja jetzt Schlag auf Schlag. Im Moment habt ihr drei Spiele innerhalb einer Woche, dann habt ihr zwei Wochen frei gehabt. Jetzt habt ihr dann wieder drei Spiele innerhalb von einer Woche mit Rhein-Neckar-Löwen, Nordhorn und Göppingen. Ist das im Moment schwer, so einen Rhythmus zu bekommen? Ja, ich liebe mehr Spiele, nicht so lange Pause. Für mich persönlich ist es besser, jeden drei Tage zu spielen. Aber okay, das ist das System. Wir müssen mit dem System gehen. So, wann ist Pause? Wir müssen ein bisschen langsamer trainieren. Aber für den Kopf ist es nicht so einfach. Wir gehen auf ein Spiel in zwei Wochen, dann drei Spiele in einer Woche. Das ist nicht einfach, aber das ist Sport. Einfach klasse ist etwas, was wir am heutigen Tag hier mit dem Podcast verkünden dürfen. Denn wir verfolgen eine hervorragende Saison der TSV Hannover-Burgdorf. Aber wir werden uns in der neuen Spielzeit auch auf einen ganz besonderen Mann zwischen den Pfosten weiterhin freuen dürfen. Genau, eigentlich läuft dein Vertrag aus zum Saisonende-Uhrbahn. Was machst du denn im nächsten Jahr? Du sollst jetzt verkünden, dass du bleibst. Ja, ich bleibe von noch einem Jahr hier. Sehr gut. Der Podcast veröffentlicht wieder die Transferneuigkeiten bei den Recken. Glückwunsch zum Vertrag. Wir freuen uns sehr, dass du da bleibst. Danke. Was waren die Gründe dafür, dass du weiter bei Hannover bleibst? Erstmal ist es sehr wichtig für meine Familie und für mich. Wir sind so glücklich hier in Hannover. Hannover ist eine super schöne Stadt. Wir haben alles, was wir brauchen hier. Meine Frau hat am Ende des März ein zweites Kind. In dem März schon ein zweites Kind. Dankeschön. Das war eine sehr wichtige Reason, warum wir bleiben hier. Dann ist alles auf dem Sport. Wir haben eine sehr gute Trainer. Die Mannschaft ist super gut. Wir spielen so gut. Warum nicht? Alles Glück der Welt für Familie Lesiak mit dem neuen Zuwachs. Ihr erstes Kind ist noch nicht so alt. Ist im letzten Jahr geboren. Nein, nein. Meine Sohn ist zwei Jahre und zwei, drei Monate alt. Perfekt. Dann dementsprechend im Abstand, so zweieinhalb Jahre auseinander. Ihr habt euch in Hannover eingelebt. Du sagst, ihr habt alles, was ihr braucht. Was sind so die Dinge, die ihr besonders schätzt? Was hast du denn für Ziele mit Hannover sportlich nächstes Jahr noch? Ich habe ja schon vorhin ein bisschen rausgehört, du würdest gerne alle drei Tage spielen. War das schon so ein Plädoyer für die Champions League? Weil da spielt man ja alle drei Tage. Das ist wirklich Champions League. Das ist perfekt. Champions League oder der EHAF Cup. Ich glaube, nächste Jahre ist die EHAF Cup sehr starker als diese Jahre. Das System wechselt mit Champions League und alles. Viele sehr gute Mannschaften auf Europa kommen in die EHAF Cup. Ich glaube, das ist sehr interessant. Nicht nur für uns, aber für die Zuschauer. Ich hoffe für Europa. Und wir müssen in der Liga bleiben. Und dieses Niveau, wir haben dieses Jahr. Europapokal kennst du ja auch. Du hast ja mit den Recken eben schon im Europapokal gespielt. Aber du zählst ja auch schon in der Champions League. Wie anders schmeckt Champions League im Vergleich zum EHAF Cup? Beide sind sehr schön. Du hast Reisen, du spielst in andere Länder. Aber es schmeckt es, dass wenn du eine Nationalmannschaft hast, Spieler spielen in andere Mannschaft. Du kommst da, du gehst einen Kaffee trinken, möglicherweise ein Abessen. Und so, was du mitst mit anderen, welche du weißt auf deinem Land. Also man kennt sich dann, wenn man sich trifft in der Champions League auch. Jetzt ist es aber ja im EHAF Cup letztes Jahr auch so gewesen, dass ihr zwar Reisen hattet, aber auch durchaus sehr beschwerliche Reisen. Also Nasice war, glaube ich, nicht ganz so einfach zu erreichen. Das war in Kroatien. Das war in Kroatien. Rabotnik in Mazedonien war auch nicht ganz so leicht zu erreichen. Aber Rabotnik war schon danach Spiel. Wir haben einen schon Abessen mit viel Fleisch und Jungs. Und viel Bier? Nein, 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 nein. Ein Bier oder zwei Bier und viel Fleisch. Cevapcici und Balkan-Spezialitäten. Das ist so eine Küche, die du magst? Magst du gerne Fleisch? Ja, ja, ich gerne Fleisch. Ich glaube, alle Leute und Balkan gerne Fleisch. Stimmt. Wie ist das eigentlich? Ich habe gehört beim Kollegen Kostelic, der sich mit Kollegen auch auf Kroatisch verständigen kann. Du sprichst Englisch, du sprichst Deutsch, Slowenisch. Welche Sprachen beherrschst du noch? Ich spreche Englisch. Ich probiere nicht sprechen Deutsch. Das geht aber schon ganz gut. Oh, danke schön. Dann ja, ich spreche nicht Kroatisch, aber ich spreche Balkan. Für mich ist nicht so einfach gesagt, welche Sprache ich spreche. Wenn du fragst, kroatische Leute oder serbische Leute, dann das ist unsere Sprache, das ist unsere Sprache. Aber für uns auf Slowenien, das ist Balkan-Sprache. Aber Balkan ist groß. Du kannst dich aber echt verständigen quasi dann. Also du kannst zum Beispiel mit Ilja Brosewiltsch noch malerweise so dich unterhalten. Ja, ich habe viele Leute mit in Celle, auf Kroatien, Bosnien, Montenegro, Serbien. So ja, ich habe gelernt auf Mannschaftskollegen. Ungarisch auch, oder? Nein, Ungarisch auch. Nein, nein, Ungarisch ist eine total andere Sprache. Okay. Ich habe einen sehr guten Freund, ich spiele in West Bremen, Gaspar Margutsch. Er wohnt da in den sechsten Jahren. Und er ist sehr gut mit einer anderen Sprache. Er spricht Italienisch, Spanisch, Balkanisch. Aber er hat sehr große Probleme mit der Ungarischen Sprache. Womit würdest du Deutsch vergleichen? Ich? Kannst du das vergleichen mit einer anderen Sprache, weil du ja auch Englisch gut sprichst? Ist das so, dass du darüber den Zugang dir hast erarbeiten können, ganz einfach? Ich glaube, Deutsch und Englisch, Grammatik ist gleich. Für mich war es nicht so hart die Grammatik, aber ich habe ein bisschen Probleme mit Wörtern. Ich weiß nicht so viele Wörter, aber ich glaube, jeden Tag kann ich... Du lernst was dazu. Ja. Wie oft gehst du denn noch zum Deutschunterricht? Wir haben jeden Montag eineinhalb Stunden. Okay, wir gehen dann, wann haben wir Zeit, wann ist kein Training. Wenn wir Freitag haben, dann ist es möglich, wir wechseln einen Termin für einen anderen Tag. Wenn Freitag ist, dann sind wir total frei mit der Familie und alles. Aber heute ist Freitag und ich bin hier. Ja, sehr gut. Für den Podcast muss man auch mal einen freien Tag... Da muss man auch mal leiden. So, da muss man mal durch. Ist das eigentlich beim Deutschlernen, sagen viele so diese Umlaute, Ü, Ö und so weiter, dass es da dann schwierig wird? Wo ist die größte Klippe? Das ist hart für mich, ja. Ich weiß, dass diese U mit zwei Punkten ist, Ü, aber es ist nicht so einfach für mich, für Sprechen. Sprich doch mal nach. In des dichten Fichten dickes nicken, dicke Fichten tüchtig. Aber ich weiß, für deutsche Leute ist es nicht so einfach, Sprechen eine andere Sprache. Definitiv. Wir haben mit Fabi einen Witz. Seget, wir haben gesagt Seget. Wir haben eine Aktion Seget, aber er hat gesagt Seget. Fabi, was? Seget. Seget, ja. Er muss Seget. Ah, ja, ja, schade ab, schade ab. Fabi kommt halt aus Potsdam, da war das noch ein bisschen... Ja, ja, okay. Als du 2018 nach Hannover gewechselt bist und zum ersten Mal in die deutsche Handballliga, hast du gesagt, das ist für dich ein Ziel gewesen, immer in der besten Liga der Welt zu spielen. Jetzt bist du anderthalb Jahre hier. Ist es so, wie du es erwartet hast? Ja, das ist richtig. Meine Heimat ist Celle, so ich habe die Chance, in meiner Heimat zu spielen Champions League und danach acht Jahre. Ich glaube, ich brauche neue Dinge. Mein Traum war es, ich spiele in der Bundesliga. Und wenn ich habe viele Optionen, ich glaube, Hannover war das Beste für mich. Ein sehr wichtiges Ding für mich war, dass Carlos Ortega als Coach hier ist. Ich weiß nicht, wann er was trainiert in Westphal. Wir haben zu viel gespielt gegen Westphal in der Champions League. Wenn ich erst mal mit Benjamin Schatton gesprochen habe, er war in dieser... Geschäftsjahr noch, genau, damals. Ich habe ein gutes Gefühl. Gutes Gefühl? Ja, gutes Gefühl. Das ist ein sehr gutes Ding, nicht nur für mich, aber für meine Familie. Dann habe ich kurz mit Ilja Brozovic gesprochen und er hat gesagt, alles ist super, wenn du Chance hast, dann musst du kommen. Hier, ich komme. Und dann bin ich. Du hast natürlich auch eine Nationalmannschaftskarriere. Du hast bei der Obermeisterschaft 2018 zum Beispiel mit dabei gewesen. Jetzt warst du im erweiterten Kader, aber im Endeffekt dann nicht bei der Europameisterschaft mit dabei. Ja, ich habe 2017 mit Slowenia Bronze gewonnen in Frankreich. Das war die Weltmeisterschaft, genau. Dann habe ich Olympiaspiele in Rio 2016. Okay, in dieser Meisterschaft bin ich nicht dabei, aber ich hoffe, dass ich für die Olympia Quali in Berlin bin. Und dann Deutschland und Slowenia können nach Olympia gehen. Ich wollte gerade sagen, geht es ja gegen Deutschland, eventuell gegen auch Timo Kastening oder Fabian Böhm, wenn es dann so weit kommt. Es wird ein besonderes Spiel, oder? Ja, aber das ist Sport. Ich glaube, alles weiß, das Spiel, wenn du gegen eine Person musst, welche du liebst, du musst gegen das Spiel. Also das ist für uns normal. Aber du kennst Deutschland ja auch ganz gut. Du hast ja 2018 ein sehr gutes Spiel, glaube ich, gemacht bei der Europameisterschaft. Damals, glaube ich, gleich sieben Meter von Uwe Gensheimer zweimal pariert. Im Endeffekt war das ja so ein ganz verrücktes Spiel mit Unentschieden und dann geht euer damaliger Trainer dann noch ins Tor bei dem letzten sieben Meter. War das so das verrückteste Spiel, was du je erlebt hast? Dieses Spiel war gestohlen auf uns. Dieses Spiel war eine bessere Mannschaft, aber danach dieses neue Wahlsystem und alle Leute auf Deutschland kommen zu diesem Tisch. Das Video Assistant Referee System auf dem Handball. Das war ein verrücktes Spiel, ne? Ja, das war nicht einfach für uns. Danach, diese zwei Punkte, wenn wir gewinnen, sind sehr wichtig für uns, aber okay. Wann kommt die Nominierung für das Olympia-Qualifikationsturnier in Berlin in der Mitte April? Ja, ich glaube Mitte März. Dann kommt es, ja, ich glaube Mitte März oder Ende März. Ich weiß es nicht. Wie ist dein Austausch mit eurem neuen Trainer Lubomir Vranjes? Seid ihr da dauerhaft im Austausch? Oder wie seid ihr verblieben, weil du jetzt ja bei der Europameisterschaft dann nicht im Team warst im Endeffekt? Ich bin mit ihm nur zwei oder drei Tage. Wir haben sehr spät hier das letzte Spiel gehabt. Danach habe ich nur zwei Tage mit der Nationalmannschaft und mit Ljubo trainiert. Ich glaube, er ist gut. Er hat eine gute Personalität. Er ist, ich glaube, ein großer Sieger. Er braucht jedes Spiel zu wohnen. So, wann ich habe Gespräche mit Nets, Erwas und Meisterschaft, habe ich gesagt, alles gute Worte für ihn. Nets Zechte war mit dabei als Recke bei der Europameisterschaft als Torhüter aus Slowenien. Da muss man ja sagen, haben wir ja in der Bundesliga richtig gute Vertreter mit dabei. Kastelic, Göppingen, Gorazkow bei den Eulen, Clement Verlin kommt jetzt in die Liga. Warum seid ihr, geht nach Erlangen, warum habt ihr eine solche gute, herausragende Torhüter-Tradition in Slowenien? Ich habe immer gesagt, Torhüter muss sehr smart... Intelligent. Intelligent. Wir haben viele intelligente Personen. Das ist ein sehr wichtiges Ding. Wir haben eine sehr gute Schule. Wir haben viele gute Torwart-Trainere da. Ich glaube, das ist das Wichtige. Er spielt jetzt ja auch, Verlin spielt ja auch noch in Zellie jetzt gerade. Was ist er für ein Typ? Worauf kann die Bundesliga sich da freuen? Wie kann man ihn beschreiben? Ja, es ist nicht einfach, wenn du in eine neue Liga kommst, ein neues Land, eine neue Sprache. Das passiert mit mir. Ich habe ein bisschen Probleme, aber ich glaube, das ist normal. Du brauchst, ich weiß, halb Jahre. Du weißt alles, dann ist es mehr und mehr einfacher. Ich glaube, er ist gut als Torhüter. Du hast gerade gesagt, als Torhüter muss man intelligent sein. Als Shooter muss man vielleicht auch mal den Kopf ausschalten können und einfach draufgehen, die Tiefe haben und den Mut haben, durchzuziehen. Warum müssen Torhüter besonders intelligent sein? Du musst sehr schnell sein oder musst intelligent sein? Am besten beides. Du hast beides. Ja, okay. Ja, du musst ein bisschen lesen, was passiert im Spiel. Welcher Spieler kann gut werfen, von welcher Position. Ich glaube, das ist, warum es wichtig ist, dass du intelligent bist. Und was ist sehr intelligent? Du musst, du bleibst fokussiert. Okay, du kannst ein schlechtes Ding machen, aber danach, du musst nur nach vorne gehen und bleibst fokussiert. Wir hatten ja auch schon deinen aktuellen Vereinskollegen Domenico Ebner hier im Podcast und er hat uns da verraten, dass er sehr, sehr viel mit Videostudium macht in der Woche, viele Spiele guckt. Wie ist das bei dir? Bist du auch eher so ein Typ, der viel Video guckt oder sagst du, wie jetzt gerade, du musst intuitiv auch lösungsorientiert arbeiten? Ich gucke ein bisschen, aber nicht so viel an Domenico. Wir haben gesprochen, aber er hat gesagt, er guckt vier, fünf Spiele. Aber ich gucke nur ein oder zwei. Aber ich glaube, für mich ist es wichtig, dass ich das Spiel gegen diese Mannschaft habe. Also schon mal gespielt? Ja, meine Erfahrung. Ja, das ist für mich mehr wichtig, diese Videoanalyse und alles. Hast du eine Form von Vorbereitung, was die mentale Stärke angeht? Hast du ein autogenes Training oder fokussierst du dich vorher vor dem Spiel auf bestimmte Sachen? Hörst du über Kopfhörer Dinge, die dich pushen und stark machen? Ich habe meine Technik fokussiert, aber es ist nicht so speziell. Ich habe nur ein bisschen Musik gehört und ein bisschen Candy Crush spielen. Und das ist für mich... Auf dem Handy, oder? Ja, das ist für mich genug für den Fokus. Okay, ein bisschen Ablenkung. Zurück nochmal auf das Verhältnis mit Domenico. Man kann diese Saison definitiv beobachten, dass ihr zwei ein richtiges Team seid, wo es nicht nur darum geht, toll ein anderer macht, sondern wirklich Zusammenhalt ist erkennbar. Wenn du einen Ball hältst, steht er auf der Bank auf und freut sich. Wenn Domenico einen Ball hält, schießt du auf der Bank auf und freust dich für ihn. Wie würdest du euer Verhältnis beschreiben? Ich habe vielmals gesagt, dass das sehr wichtig ist, nicht nur für mich, aber für beide und für unsere Mannschaft. Wenn du die Möglichkeit hast, du hast zwei gute Torräuter, welche gut zusammenhalten, dann ist das perfekt für die Mannschaft. Und ja, diese Saison funktioniert alles gut. Wir haben nicht so viele Schlechtspiele auf uns. Ich glaube, wir sind ein sehr wichtiger Faktor in dieser Saison. Jeden Trainer und alle, die gucken, haben gesagt, ja, Torräuter ist 15 Prozent der Mannschaft. Ich glaube, das ist richtig. Früher war es aber ja auch häufig so, dass man den Torhüter ein Stück weit ja auch immer belächelt hat, dass er also quasi nicht zwingend fit sein musste. Durch diese Regelung mit siebten Feldspieler, dass man auch in Unterzahl den Torhüter auswechseln darf und den sechsten Feldspieler bringen darf, müsste ja schon ein bisschen mehr laufen. Braucht auch ein gewisses Krafttraining. Ja, das machst du sehr ungern. Das ist schlecht. Wieso laufen? Das ist schlecht, aber okay. Wie hat sich das Spiel dadurch verändert für dich? Hast du neue Trainingsinhalte deswegen zunehmen müssen? Mehr Laufen, mehr Krafttraining? Nein, nein, nein. Okay, das ist nicht wichtig. Wir haben viel Laufen mit Mannschaft im Sommer. Okay, das ist nicht. Aber für mich, wenn ich im Tor bleibe und warten für andere Angriffe, ist es besser, dann laufen aus und warten und dann springen zurück. Das ist nicht gleich mit dem Fokus für mich. Aber okay, wir haben Trainer, welche lieben diese. So, ich habe... I just adjusted this. Okay, du hast dein Training angepasst. Ja, fast, jawohl. Urban Lesjak. In Zellie groß geworden, aber wie zum Handball gekommen? Was hat dich inspiriert? Was hat dazu geführt, dass du Handballkarriere hast machen können? Das war einfach in Zellie. Handball ist Sport Nummer eins in Zellie. Ich starte mit dem Handball, wann habe ich sieben Jahre alt? Das war 97. Und in diesem Moment in Zellie spielt Semifinals oder Quaterfinals auf Champions League jeden Jahr. So, was einfach für mich zu starten mit dem Handball. Aber ich weiß ja auch, dass du ein begeisterter Basketballspieler bist. Ihr spielt ja auch häufig im Training immer. Mal du und Ilya gegen das spanische Trainerteam, Carlos und Ika. Da geht es ja immer sehr, sehr hart und emotional zur Sache. Und die Slowenen sind ja auch im Basketball ganz gut. War das nicht eine Option für dich auch? Nein, nein. Okay, Basketball ist mehr in Ljubljana oder Maribor, nicht so populär in Zellie. Aber ich bin nicht groß genug für Basketball. Hast du denn damals auch angefangen, in Zellie dann zuzuschauen? Warst du Fan? Auch in der Halle hast du dir das da angeguckt. Wo war der erste Impuls? Aus der Familie, Vater oder Mutter? Oder war es halt einfach das Handballfieber in Zellie? Nur Handballfieber in Zellie. Das war das wichtige Ding. Mein Vater und meine Mutter spielten Handball in der Schule, nicht professional. Aber wir haben einen Sporttag in der Schule. Und wir haben Fußball probiert, Basketball probiert, Handball. Und wenn ich das erste Mal probiere, Handballfieber, habe ich gesagt, das ist schön. Ich muss trainieren. Und ich gehe in das erste Training und danach starte ich das Training mit dem Tor. Aber warst du denn auch sofort im Tor? Weil bei Domenico war es zum Beispiel so, dass er gesagt hat, er war eigentlich erst im Feld. Hat dann aber mal eine rote Karte kassiert und war zu hart. Und dann haben sie gesagt, jetzt geh du mal lieber wieder hinten ins Tor. Wie war es bei dir? Hast du auch mal im Feld gespielt? Ja, ich habe im Feld gespielt. Ich bin Rückraum links. Ich bin sehr gut. Aber wir haben ein Turnier, diesen Mini-Handball. Wir haben drei Torwarten. Aber einer ist krank, einer hat eine Kopfverletzung. Und der dritte, ich weiß nicht, was mit der dritte. Und der Coach probiert, welcher kann ich am nächsten Tag Torwarten in diesem Turnier. Und alles probieren ein bisschen. Ich bin gut. Dann wir gehen in dieses Turnier. Wir gewinnen das Turnier. Und ich bin der beste Torwart auf diesem Turnier. Bam. Ja. Dann ich komme Montag, Training mit Shorts. Aber er hat gesagt, no, no, du bist das. Du bleibst im Tor. Also okay, dann. Also ich muss sagen, meine Erfahrung, praktisch B-Jugend, Alter in der Schule. Handball. Ich gehe ins Tor, kriege ich, glaube ich, den zweiten Wurf. Den ersten halte ich hervor. Den zweiten kriege ich voll ins Gesicht. Bin schon am taumeln. Und den dritten kriege ich voll in die Eier. Und dann bin ich raus und dachte, das mache ich nicht mehr. Bullseye. Bullseye. Ich hatte kein Suspensorium. War dann quasi Seidler K.O. in der dritten Runde. Seidler K.O. in der dritten Runde. Also insofern seid ihr, ist das auch ein Stück weit. Herzlich willkommen im Tor. Muss man Masochist sein, wenn man Torhüter ist? Oder wie schmerzunempfindlich muss man sein? Okay, Schmerz. Der Ball ist stark. Jungs wurfen sehr, sehr stark. Aber wenn du fokussiert bist und alles, dann ist es kein großes Problem. Tut nicht weh. Ja, ich habe große Probleme, wenn ich andere Sport spiele, nicht Handball. Aber ich bin nicht so fokussiert auf den Ball und ich mache diese. Dann hast du Angst. Ja, aber ich glaube, das ist nur Fokus. Nur Fokus, weil du, okay, ich muss. Wenn ich gewinnen wollte, dann muss ich. Kung-Fu-Fokus. Ja, Kung-Fu-Unagi. Trotzdem sagen ja viele immer, ein Handball-Torhüter ist verrückt. Was hast du denn so für verrückte Macken, für verrückte Eigenschaften? Was ist verrückt? Crazy. Ah, nein, danke schön. Okay, möglich ein bisschen. Du musst attackieren diesen Ball, welcher kommt mit schnell, ich glaube, 120, 130. Man sollte mal ein Tempolimit im Handball vielleicht einführen bei den Würfen, oder? Ein Tempo. Dass man nur noch mit 100 aufs Tor werfen darf oder so für die Torhüter. Können wir ja mal in den Bundestag einrichten. Ich finde, es sollten einige vielleicht schneller als 80 werfen. Ich habe probiert mit Leuten diskutiert, ja, Torhüter ist ein normaler Sportsman, eine normale Person. Aber ich habe gesehen, dass alle glauben andere. Also es ist einfacher für mich, ja, okay, du bist richtig. Also willst du das nicht erklären, dass man, ja gut, man nimmt es dann so hin, dass man als Handball-Torhüter als verrückt abgestempelt wird. Wie viele Treffer hast du denn so in deiner Karriere schon vor dem Kopf wirklich bekommen? Wie auch? Ist das so einmal pro Woche, zweimal im Monat? In einem Moment ist es jeden Tag, dann ist es ein Monat kein. Okay, also kann man. Ist kein, ist kein. Ich muss sagen, ich habe früher immer. Im American Football wurde das ja auch mal intensiv diskutiert, ne, ob man dann, ob man da vielleicht nicht den Kopf nicht schützt oder. Es gibt ja den Film Concussion mit Will Smith, ich weiß nicht, ob du den kennst. Da geht es um die NFL und. Ich habe Glück, ich habe nicht so große Probleme bei diesem. Also Helmschutz für Handball-Torhüter. Was ist Helmschutz? Helm, ah, Helm. Nein, nein. Ich habe gesehen in Dänemark, ich glaube, zwei oder drei Torhüter haben einen Truck. Achso, das ist praktisch wie so ein Stirnband erweitert und verstärkt. Kommen wir zurück zu den Recken. Wir haben schon darüber gesprochen, was noch möglich ist. Ein Schwerpunkt ist aber definitiv Anfang April, wir thematisieren es sehr oft und gerne, das dritte Rewe Final Four mit den Recken. Ihr seid einmal im Finale gewesen, ihr seid einmal unglücklich im Halbfinale letztes Jahr ausgeschieden. Was denkst du ist dieses Jahr möglich? Mit Melsungen, Lemko und Kiel sind ja drei andere starke Mannschaften auch dabei. Ja, wir haben nicht so viel Glück in diesen Jahren mit... Mit Los? Mit Los, ja. Wieso, wir haben doch alles gewonnen. Okay, wir haben alles gewonnen, aber wann ist es möglich für uns ein Spiel gegen Lemko? Semifinals ist es möglich ein bisschen einfacher, aber ich glaube, wir können gegen Melsungen gewinnen, warum nicht? Schon mal ein Sieg noch und ihr seid im Europapokal. Ja, das ist richtig. Weil wir natürlich nach menschlichen Ermessen davon ausgehen, dass der THW Kiel Lemko schlägt. Ja, sag das nicht. Lemko ist eine der absoluten Erfolgsmannschaften im Moment. Ich habe drauf gesetzt. Haus und Hof und Niere. Warum nicht? Melsungen ist eine sehr gute Mannschaft, aber wir haben eine bessere Mannschaft. So, wir haben eine bessere Mannschaft, das wollte ich hören. Aber Final Four ist ein großes, super Event. Ich habe die letzten Jahre erst einmal gespielt und es ist ein super Fans und Halle und alles. Gibt es sowas in Slowenien auch im Pokal? Gibt es da auch so ein Final Four? Ja, wir haben ein Final Four, aber es sind nicht so viele Leute. Nicht so groß, ne? Ja, nicht so groß. Ihr seid aber ja trotzdem, auch in Slowenien ist ja eine große Handballbegeisterung. Wenn ich mir Spiele in Celia angeguckt habe, da ist man auch als Gastteam nicht so gerne hingefahren, weil da war viele Leute los. Es war laut, gute Stimmung. Jetzt ist das in Deutschland ja in jedem Spiel im Prinzip für euch so, dass ihr immer viele Fans habt, dass die Hallen voll sind. Macht das Spaß oder ist das auch ein Unterschied? Das war ein sehr wichtiges Ding, warum ich gerne in Deutschland gespielt habe. Ich liebe, wenn die Halle voll ist, ich liebe, wenn es laut ist und alles. Wir haben eine sehr gute Stimmung in Celia in der Champions League, aber das war nur, wenn wir die Champions League spielen. Das war sieben oder acht Mal per Saison, das ist nicht genug. Aber hier ist es perfekt. Jede Halle ist voll. Wenn du in Balling, Ludwigshafen, Kiel, immer voll. Und das ist, ich glaube, für einen Sportmann, das ist ein sehr wichtiger Ding. Du kommst aus Celia? Kommt deine Frau auch aus Celia? Sie ist auf einem Dorf auf Celia, 13 Kilometer auf. Wie habt ihr euch kennengelernt? Also wo hast du sie das erste Mal getroffen? Okay, ja, wir haben das erste Mal getroffen in der Schule, das war, nein, Gymnasium. Grundschule? Grundschule, ja, Grundschule. Wir haben Handball gespielt, das regionale Schule Turnier und sie war bei Tisch. Ah, im Zeitgeber-Tisch. Achso. Am Zeitgeber-Tisch, also, okay. Womit hat sie dich beeindruckt? Oder musstest du dich bemühen um sie und musstest werben? Das war Zeit auf diesen Messenger, weißt du. Messenger und wir haben gespielt, viel auf Messenger und dann wir starten und wir sind zusammen einen drei Monat und dann sie wohnen in Ljubljana und wir haben andere Personen in unserem Leben und danach sieben, acht Jahre, wir kommen zurück. Ja, war schön. Wieder zusammen. Ja, wieder zusammen. Ist das, wie viel Halt gibt das? Wie wichtig ist die Familie da für dich? Ist sie auch jemand, die mit dir über den Handballsport spricht? Oder ist das etwas, wo du komplett abschalten kannst? Für mich ist es sehr wichtig, eine gute Familie. Meine Familie ist glücklich, das ist für mich sehr wichtig, dass alles gesund ist, das ist sehr wichtig. Und sehr wichtig, dass wenn du schlecht spielst, dann kommst du nach Hause und sie ist da, dann dein Kind ist da und du hast neue Energie mit diesen Gäben. Schon ist die Niederlage gar nicht mehr so schlimm, wenn man dann seinen zwei Jahre alten Sohn sieht und der sich freut, dass Papa wieder da ist. Ja, das ist richtig. Oder bist du dann schlecht drauf? Verbreitest du dann schlechte Stimmung? Wenn du nach Hause kommst, hast du verloren, leiden dann alle drunter? Nein, möglich mit meiner Frau, aber nicht mit meinen Kindern. Also die Frau muss dann alles abfangen, was sie zu Hause da von sich gibt. Hast du da auch so Sachen, dass du vorher dir ein bestimmtes Gericht zubereitest? Gibt es irgendwas, was du vor jedem Spiel essen musst? Nein, okay, wenn wir nach Hause, wir haben Heimspiel, dann essen wir Bolognese, aber ist nicht so wichtig für mich. Nicht so Fleisch mit vielem Fett, das ist wichtig, dass nicht essen diesen Tag, wenn man Spieltag ist. Gibt es irgendwas bei dir zu Hause, irgendwie privat, irgendeine Macke, irgendeinen Tick, was du immer machst, wo deine Frau vielleicht auch verrückt bei wird, wenn sie das sieht? Gibt es irgendwie was Verrücktes, was du so zu Hause machst? Was ich muss nach Hause machen? Ja, was du zum Beispiel sagst, ich wische nie gerne Staub oder ich putze nicht gerne oder gibt es irgendwas? Ja, ich putze nicht gerne. Aber du machst es? Ja, ich muss helfen, wenn du Kinder nach Hause hast, dann ich muss helfen. Ich liebe, wenn ich Zeit habe, Kuchen oder Grill machen, so, ja, ich helfe nach Hause. Okay, du hast es vorhin auch gesagt, du guckst gerne deutsches Fernsehen mittlerweile, damit du die Sprache besser lernst. Was guckst du da so? Guckst du da eher sowas wie Bachelor oder gibt es dann doch die Sportsendung? Was läuft da bei Urban Messe im Fernsehen? Ja, ich gucke eine Serie, diese Babylon Berlin. Ja, die ist sehr gut. Die habe ich auch gerade geguckt zu Ende. Und ich gucke Handball. Okay. Und ja, das ist, ich gucke noch diese zwei, in diesem Moment gucke ich noch diese zwei. Hast du schon fertig geguckt, Babylon Berlin? Nein, nein, nein. Soll ich dir verraten, wie es ausgeht? Ich habe schon durch. Ich habe startet mit der ersten Staffel. Ach, erste Staffel. Ja, erste Staffel, ja. Na, dann musst du noch ein bisschen gucken. Ich sage nicht, kein No Spoiler. Okay, kein Spoiler. Hast du davor noch andere Serien geguckt? Das ist meine erste deutsche Serie. Deine erste deutsche Serie. Und die verstehst du aber, kommst komplett gut durch? Ja, aber ich gucke mit deutscher Sprache, mit englischen Subtiteln. Ah, okay. Das ist einfacher für mich. Englische Untertitel. Ja, Untertitel. Das ist super, auch zum Lernen ist das. Ja, ja. Und dann, ich kann zwei Sprachen in einmal Zeit. Liest du auch deutsche Bücher? Ja, ich starte mit dieser auf Stefan Kretschmann. Ah, ja. Halleluja. Halleluja, ja. Handball. Ist gut, ist gut, ist gut. Das müssen wir beim nächsten Mal sagen, wenn er bei uns ist, dass du sein Buch liest. Dann kann er das mal platzieren. Manchmal hört er uns ja auch. Ja, hey, manchmal hört er uns ja auch zu. Grüße an Stefan. Grüße. Aber ist nicht so einfach. Du hast sehr lange Worte und dann muss ich gucken in Google Translator oder Buch. Ist nicht einfach. Ich brauche für eine... Viel Zeit. Ja, viel Zeit. Eine halbe Stunde vor einem Kapitel. Eine Seite. Eine Seite, ja. Eine Seite, ja. Hast du denn noch andere Hobbys, außer in meinem Fernsehen gucken, lesen, Deutsch lernen, Training? Da bleibt dann Kinder noch? Ja. Eine Frau? So viele Hobbys nebenbei? Gibt es da noch irgendwas? Ich spiele viele Karten mit meiner Frau, wenn meine Kinder gehen. Was spielst ihr? Ja, wir spielen... Eine ist Uno. Weißt du Uno? Uno kennen wir auch. Aber eine slowenische Version auf Uno. Und wir haben eine neue Karte. Das ist Monopoly-Karte. Das ist sehr gut. Das ist ein sehr gutes Spiel. Habe ich noch nicht gespielt. Kann man mit den Kindern dann noch später, wenn die dann etwas größer sind, kann man die dann wunderbar mit einbinden. Zwei, drei Jahre. Das dauert noch. Dann viel Spazier mit meinem Sohn, Spielplatz und diese. Spricht ihr eigentlich slowenisch logischerweise? Ja, nach Hause wir sprechen. Ist das dann noch so, dass ihr auch da zweisprachig schon aufwachsen wird? Er ist im Kindergarten und wenn wir sprechen mit Leuten, welche arbeiten, haben wir gesagt, dass er alles versteht, aber er spricht mit mir Farbe. Er spricht nicht in Slowenisch, aber nur in Deutsch. So alles ist blau, grün, Eis. So ist gut für ihn. Deine Frau lernt ja auch fleißig Deutsch. Wie gut spricht die schon? Nein, sie hat nicht gelernt, aber sie hat in der Schule gelernt. Sie weiß ein bisschen, aber wenn sie mehr Zeit hat, dann startet sie mit der Schule. Ist das dann für deine Frau auch einfach? Wird sie da gut integriert mit den anderen Spielerfrauen? Ja, es gibt ja so einen Spielerfrauen-Check bei WhatsApp. Nein, es ist alles gut. Das ist eine schöne Gruppe von Frauen. So ist es einfach für sie. Es gibt ja auch mittlerweile in Hannover, wir haben vorhin gesagt, die Balkanallee. Ja. Es gibt viele Spieler von euch. Du, Nils, Ilja. Und Ivan. Ivan, wo ist er? Wir haben neue, das ist die Swedish House Mafia. Wir haben eher, du kannst kommen, du bist Mafia, so ist gut. Macht ihr da abends auch mal was zusammen häufig, dass der eine zum anderen rüber geht? Wird da zusammen gekocht? Guckt ihr da zusammen Fernsehen oder eher weniger? Weihnachten, wir haben alles zusammen. Wir haben Weihnachtsabendessen. Abendessen machen, dann, wann ist schönes Wetter, ein bisschen Grill, Cevapcici und diese Fleischdinge machen. Wir haben gefunden einen Balkan-Shop hier in Hannover, wo wir kaufen viele Essen auf Slowenien, Serbien, auf dem Balkan. So, das ist schön, das ist gut. Ein bisschen Spazieren zusammen, Kaffee trinken. Vorläuft die zwölf? Vorläuft die zwölf. Jetzt nehmen wir dich ins Kreuz vorher, wirklich. Jetzt gibt es schwere Fragen für dich, Urban, die du beantworten musst. Okay. Du kommst aus Slowenien, du kennst eigentlich alles die Nähe zu den Bergen, aber auch zum Meer. Wo machst du am liebsten Urlaub? Jeden Sommer ich gehe nach Kroatien. Wir haben in einem Camp, ich glaube 15, 16 Jahre, mit meiner Familie. Das ist der perfekte Sommer für mich, aber nicht für meine Frau. Sie wollen ein bisschen mehr reisen, aber ich habe gesagt, ich reise, wenn ich eine Saison habe. So, im Sommer, ich gehe nicht nur da und bleibe da für drei Wochen. Was ist das für ein Camp? Was heißt das? Das ist ein Campingplatz? Ein Campingplatz, ja, das ist bei mir. Also habt ihr dann so richtig mit Wohnwagen und allem? Ja, ja, ja. Kannst du das empfehlen? Ich habe auch Wohnwagen. Ist das eine Stelle, wo du sagst, da musst du hinfahren oder ist das so ein Geheimtipp? Geheimtipp. Wo ist das denn genau, in der Adria? Weißt du, wo ist Poritsch? Ja, Poritsch, ja. Ja, das ist zehn Kilometer auf Poritsch. Also direkt Adria. Ja, das ist cool. Ja, das ist cool. Das ist nur drei Stunden auf Zelle, so ist es perfekt für uns. Und dann habt ihr quasi, als du deine Frau geheiratet hast, eure Flitterwochen auch da auf dem Campingplatz verbracht. Und sie hatte gar keine Lust, oder wie war das? Nein, wir gehen in Dubronik. Dubronik? Dubronik, ja. Zum Honeymoon. Nein, aber wir haben nur vier Tage. Mein Sohn bleibt mit meinen Eltern zu Hause. Wir haben vier Tage, aber ist genug. Nächste Sache ist, die Olympischen Spiele dieses Jahr in Tokio würdest du mit Sicherheit sehr, sehr gerne spielen, da du ja auch in Rio vor vier Jahren dabei warst. Was ist das Schönste an Olympia? Das Schönste an Olympia ist, dass der Spirit nicht nur Sport ist, aber es ist Kultur, es ist Spaß. Das ist, wenn du bist in diesem Olympischen Dorf, jeder Leute, der da ist, hat einen Traum, hat einen Fokus. Und es ist sehr schön, wenn du die Chance hast. Ich mache ein Foto mit Djokovic, Ginobili, mit Tony Parker, mit vielen sehr guten Spielern. Das ist das schönste Ding auf der Olympischen. Was war das Verrückteste, was du bisher in deiner Sportkarriere erlebt hast? Eine ist möglich, diese, wenn wir haben in Rio, Abend was Spiel gegen Deutschland, Olympische Spiele. Und unsere Kapitäne fragen, wann ist möglich, wir haben ein bisschen Bier im Olympischen Dorf. Und ich und ein Spieler, wir gehen in den Shop, kaufen ein Kista Bier. Und eine Leute, ich weiß es nicht, Journalist oder nicht, machen ein Foto. Und nächstes Morgen, wir haben ein Bild in Deutschland. Bist du eher ein Partyhengst und Feierbis oder bist du eher ein Couchpotato? Kein Couchpotato oder nicht Feierbis. Auch kein Feierbis. Ja, ich liebe, wenn wir gehen in, ich weiß nicht, mit Mannschaft, in Bar, nur sitzen, wir trinken und sprechen. Das ist für mich genug. Ich brauche nicht tanzen und für mich ist es nicht so einfach, bleib nach Hause mehr als vier Stunden. Ist es eher Mozart, Bach oder ist es eher Heavy Metal, Iron Maiden? Was ist deine Musik? Queens. Ich liebe Queen. Ja, Queen. Freddie Mercury. Freddie Mercury. Hast du gesehen den Film? Ja, ich habe gesehen. Ja, super gut. Super gut. So, Iron Maiden ist ein bisschen zu viel für mich. Aber Queens, ACDC und Rock, Rock ist meine Musik. Ich liebe den Rock. Ist das doch so, dass du da was hast, was du hörst, bevor es losgeht? Ist das ACDC oder was? Kambi, Kambi. Ist nicht immer die gleiche Musik. Ich liebe Rap, ist auch gut. Ich höre alles Musik, aber mögliche Iron Maiden, das ist ein bisschen zu viel. Was war dein Lieblingsfach in der Schule? Und Sport zählt nicht. Okay, Musik. Musik? Ja, und History. Geschichte. Geschichte, ja. Und wo warst du eher, hast du gar keine Lust zu gehabt, zu welchem Fach? Was war eher schwierig? Schwierig, ja. Mathe vielleicht oder Physik? Mathe war okay, Physik war okay, aber möglich Chemie, Chemie. Chemie, ja. Ja, das habe ich auch gehasst. Wer nicht? Spielst du ein Instrument? Nein, nein. Das ist ein Ding, welches ich bin ein bisschen... Traurig? Ja, ja. Ja, weil ich bin jung, meine Eltern kaufen mir eine Harmonie. Das ist die Harmonie, also? Ja, ja. Aber wir wohnen in der Stadt, so, wenn ich habe gesagt zu meinen Freunden, ich habe Harmonie, ach nein, das ist... Und ja, dann hast du nicht gespielt. Ja, ja, das ist schlecht, das ist schlecht. Ich habe fertig mit Harmonie gespielt. Kann man alles noch nachholen. Ja, ja, ja. Was ist dein größter Traum? Ja, 100 Jahre Leben. Okay. Dann, äh, dann, äh, dann, äh, wie viele Kinder und Enkelkinder sollen es denn noch werden? Dann, äh, dann fünf Kinder und zehn, äh, zehn Enkelkinder. Großfamilie Läßjag. Ja, Großfamilie, ja. glücklicherweise mit, Urban der Siak in der kommenden Saison. Und wenn man Pokalsieger geworden ist und sich als Zweiter noch für die Champions League erhält, dann kann man ja im nächsten Jahr auch noch Meister werden. Es geht immer besser. Also man sieht, Urban ist ein Mann mit Ambitionen. Es war schön, dass du da warst, Urban. Vielen Dank. Besten Dank. Sehr schönes Gespräch. Dankeschön. Genau. Und wir verabschieden uns bis zur nächsten Auszeitfolge wie immer mit Recken rocken. Yay! Der Recken Handball Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover Burgdorf. Die Recken! Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.